Ja, sind Sie auch so beruhigt? Die eiserne Kanzlerin hat den Fiskalpakt in Europa durchgedrückt. Jetzt ist ja alles gut, jetzt kann ja nichts mehr passieren. Wir kriegen eine Schuldenbremse. Was bremst so eine Schuldenbremse eigentlich? Schulden? Ich meine, nach der Logik müsst ihr eine Handbremse die Hand bremsen. Ich kann Sie beruhigen, eine Schuldenbremse bremst überhaupt nichts. Die soll doch nichts bremsen, die soll was beschleunigen. Die Schuldenbremse beschleunigt das Wachstum in Europa. Das ist Ihre Aufgabe. Sehen Sie, wir beschleunigen das Wachstum durch eine Vollbremsung. Das ist noch bescheuerter, als es klingt. Aber Sie brauchen keine Angst haben. Es gibt ja gar keinen Fiskalpakt. Nein, es ist ein Fiktivpakt. Die Euro-Länder haben der Merkel und nur versprochen, keine neuen Schulden zu machen, weil Mutti sonst den Rettungsschirm nicht aufgespannt hätte. Sehen Sie, dieser Fiskalkakt. Das ist der schönste Versprecher, den ich je im Radio gehört habe, meine Damen und Herren. Das ist mein neues Lieblingswort. Der Fiskalkakt, den muss man sich so vorstellen, als wenn Ihnen ein Alkoholiker verspricht, nie wieder einen Schluck zu trinken, wenn Sie ihm endlich was zu essen geben. In diesem Fiskalkakt stehen 40 Ausnahmen, unter denen man doch noch neue Schulden machen darf. Und das ist ja auch richtig so. Denn sonst wäre der Kapitalismus doch am Ende. Wenn die Länder überhaupt keine neuen Schulden mehr machen, wo sollen denn die Kapitalisten, also die Anleger, dann ihr Geld noch anlegen? Wo soll das Geld dann arbeiten? Ich bitte Sie, Geld muss da arbeiten, oder? Das ist ja auch einer von diesen schwachsten Sprüchen, die wir immer hören. Geld muss arbeiten. Haben Sie schon mal versucht, eine 50-Euro-Scheine Schippe in die Hand zu drücken? Geld kann nicht arbeiten. Arbeiten müssen immer Menschen, um die Zinsen zu erwirtschaften, von denen die Anleger leben. Und Anleger sind es wieder alle. Sie haben eine Altersversorgung, eine private. Wenn Sie keine Riester-Rente haben, haben Sie zumindest eine Lebensversicherung. Das Geld muss da angelegt werden, oder? Und wissen Sie eigentlich, dass unsere Versicherungsgesellschaften, um die Garantieverzinsung nicht zu gefährden, gesetzlich verpflichtet sind, 90 Prozent von allem, was Sie da einzahlen, in sichere Staatsanleihen anzulegen? Die Deutschen sparen jedes Jahr Milliarden von Euro in Lebensversicherungen. Haben Sie mal eine Sekunde lang darüber nachgedacht, wo das Geld überhaupt noch angelegt werden soll, wenn die Staaten tatsächlich keine neuen Schulden mehr machen? Denken Sie lieber nicht drüber nach. Sie würden die Politiker völlig verunsichern. Das ist ja das Tolle, dass der Kapitalismus längst von einem schnöden Wirtschaftssystem zu einer Religion mutiert ist. Und eine Religion muss man nicht begreifen, die muss man einfach nur glauben. Europa und die USA haben dieselbe Wirtschaftskrise und dieselbe Schuldenproblematik. Aber wir in Europa sparen und sparen und sparen und die Amerikaner machen neue Schulden ohne Ende. Die Merkel erzählt uns von morgens bis abends, die Sparpakete sind alternativlos. Und der Obama lacht sich kaputt und macht neue Schulden. Das Gegenteil von dem, was uns helfen soll, hilft den Amerikanern bei der gleichen Krankheit. Das ist Wahnsinn. Der Obama hat dieses Jahr 700 Milliarden Euro neue Schulden gemacht. Letztes Jahr auch. Der macht jedes Jahr so viele neue Schulden, in einem Jahr neue Schulden, wie Griechenland, Spanien und Portugal in 40 Jahren als Staatsschulden insgesamt aufgehäuft haben. Aber die Amerikaner müssen keine Strafzinsen zahlen. Nein, die Amerikaner kriegen immer Geld geliehen, weil die haben eine Armee, die kommen sich das Geld sonst holen. Der Finanzkapitalismus weltweit und vor allem die amerikanische Währungspolitik haben sich längst komplett von dem abgekoppelt, was in der Realwirtschaft überhaupt möglich ist. Aber das ist das Tolle am Kapitalismus. Der ist so organisiert, dass die einen daran verdienen dürfen und die anderen daran glauben müssen. Und daran glauben müssen die, die das Geld erwirtschaften müssen, dass die bekommen, die es nicht verdient haben. Das ist ganz einfach. Die kleinen Leute müssen jedes Jahr noch produktiver arbeiten, um die Riesengewinne zu erwirtschaften und noch produktiver und noch produktiver im Niedriglohnsektor. Dabei habe ich nie verstanden, was Produktivität und all dieses ewige immer höher, schneller, weiter und noch mehr mit einem natürlichen Leben zu tun hat. Sehen Sie, so ein Löwe. Der jagt eine Antilope, dann frisst er die und dann legt er sie schön in die Sonne und genießt das Leben. Das ist ein Leben. Der Löwe kommt doch nicht auf die Idee zu sagen, Moment mal, ich habe für die Antilope jetzt gerade zehn Minuten gebraucht. Wenn ich mich ranhalte, schaffe ich heute noch sechs. Das kann ich morgen frei machen. Sehr. Der Löwe ist doch nicht blöd. Der hat doch nicht BWL studiert. Der Löwe weiß ganz genau, an seinem freien Tag wird er einen Kühlschrank bauen müssen, um die Antilopen frisch zu halten. Und am nächsten freien Tag muss er noch mehr Antilopen jagen, die er dann eintauscht gegen den Strom, um den Kühlschrank zu betreiben. Deshalb liegt der Löwe in Ruhe, in der Sonne und genießt das Leben. Nur der Mensch, der lässt sich einreden, dass er jedes Jahr noch mehr Antilopen pro Tag erlegen muss, um sich jedes Jahr auch noch das neueste Kühlschrankmodell leisten zu können, meine Damen und Herren. Das sind wir hier. Nun ja, viele Menschen.